Kanal, der Zockerton ist heute wieder am Start mit einem Livestream von GTA 5. Heute zeige ich euch mal, wie man Motorradclubs, also wie man einen Motorradclub hat und Produktion, zum Beispiel Geld forschen oder nicht forschen, sondern Geld fälschen, beziehungsweise Drogen, Koks, Urin, Speed und so alles. Seid gespannt und lernt dazu. Also, hier haben wir die Gelddrückerei. Pass auf, jetzt versuche ich bestimmt ranzugehen und kann nicht ran, weil ich in keine öffentliche Sitzung bringe. Habe ich? Oh, es geht doch. Das ist so mehr. Leute, ich bin geil. Wir haben einen von unseren Rivalen gekauft, Leute, um zu kommen. Jetzt kann ich mir auch noch einen Auto klauen, Leute. Das geht ja wohl mal gar nicht, ey. Das geht ja wohl. Leute, ich brauche ein Auto. Am besten ein schnelles Auto. Ja, dann geh mal her hier. So, Leute. Auf geht's. Das Musik her. Nee. Und dann werden wir mal ein bisschen Geld machen. Bin sowieso alleine in der Sitzung. Das ist schon mal goody. Stört mir nicht. Hab ich wenigstens mal ne Ruhe. Wartet mal gut. Leute Meine Freunde sind irgendwie ein bisschen verwehrt, keine Ahnung Ich sage, ich soll zur Arbeit Obwohl heute Sonntag ist Wow, der ist schon voll geschossen Ja, leg ich mich mal voll hier mit der Rückertgegen an Ich sage, ich sage, ich gehe mal voll hier mit der Rückertgegen an Ich gehe mal voll hier mit der Rückertgegen an Ich gehe mal voll hier mit der Rückertgegen an Ich gehe mal voll hier mit der Rückertgegen an So, wieder rein Und weiter geht's Ich gehe mal voll hier mit der Rückertgegen an Muss ich gleich nochmal was machen Ich habe Oh, ich habe reinlegen Das stört mich aber nicht Er kann sein Ding machen Ich gehe mal voll hier mit der Rückertgegen an Ich gehe mal voll hier mit der Rückertgegen an Ich gehe mal voll hier mit der Rückertgegen an Oh 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 Die Spiele kamen mit einem größeren Anbieter. Du musst durch die Kratzen herausfinden, was wir brauchen. Wenn du so, bring sie in. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Vielen Dank. Ja, Leute, es ist schön zu spielen, es ist halt traurig, dass keiner bei mir zuguckt, bzw. wie gesagt, ich habe einen Kanal auch auf YouTube, da könnt ihr mich auch teilen, liken, favorisieren, macht die Glocke noch an, dann krieg ich dir Nachrichtigung, wann ich was mache. Das Problem ist halt nur, da mein Laptop noch nicht so wirklich funktioniert, muss ich erstmal über Twitched Livestreams machen, weil ich würde schon längst über YouTube machen, weil dann würdet ihr alle mehr kriegen, wer da ist. Aber, es ist nicht so einfach, Leute. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Das ist das Problem. so einmal vorräte nach und dann könnte ein bisschen produzieren die leute nehmen wir uns das andere ding vor und machen da dann ein bisschen wenn ich jetzt was verkauf eine verbesserung die wübe ah you ready to settle this the old-fashioned way with fists and jaws and bruised internal organs okay well the lost are cutting loose in some club and a few of the brothers are carrying the packages we need check your guns at the door go in there and knock heads till you get them ok jo leute so werden wir mal weiter und eine karke holen ja 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 Vielen Dank. Nein. 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 So meine Leute. Dann werden wir mal losfahren. 5,5 km wollen die mich verarschen. Wo ist denn das? Ha! Das passt an. Wenn ich da bin. Abgebe. Da kann ich fix da hinlaufen und mein Auto holen. Ha! Ach, Leute. Das ist doch mal praktisch. Das ist richtig, richtig praktisch. Was? Das ist doch mal praktisch. Das ist doch mal praktisch. Das ist doch mal praktisch. Ja, Morit. Ja, Leute, ich werde jetzt die letzte Vorräte holen, dann ist mein Vorrat erst mal. Den können Sie erst mal ein bisschen produzieren. Und ich werde zum nächsten Ding und da holen. Und wenn alles voll ist, dann kaufe ich. Hey, mein Gott. Und da, und da, und da. Und da, und da, und da, und da. Ach, Leute, soll ich mir mal was sagen? Ich bin auch schlau, ich fahr doch jetzt erstmal hin, die Produktion zu holen. Ich trottel. Geht doch gar nicht, ich kann doch nicht mein Auto mitnehmen. Na ja. Was soll's. Na ja, meine Karis von vorne richtig Schrott hatte. Ist halt ein Spiel, ne? Was soll ich das mal wieder sind. Mein Gott, was ist denn los hier? So. So. Untertitelung des ZDF, 2020 So Leute, wagen wir uns das oder wagen wir uns das? Muss ich da jetzt rein oder muss ich die Karre jetzt klauen? Gut, die Karre muss ich schon mal nicht klauen. Gut, die Karre muss ich schon mal. Ich gehe da jetzt rein, Leute. Achso. Das ist die schöne Mission hier. Das war wohl ein Wort mit X. Das war wohl ein Wort. Ich will auch mit dem Messer da rein oder so weiter rein. Das darf ich nicht. Fett, pass auf. Das werde ich mit dir jetzt. Das ist so behindert, Alter. Ja, Hauptsache, die haben so eine scheiß Messer, Alter. Okay. Hallo, schöne Nummer 2. Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber... Okay. Okay. Das ist mir geil. So, Leute. Ich fahr dann mal los, ne? Hol' dann mal fix meine Auto... Hol' dann mal fix mein Auto. Ich fahr dann mal los, ne? Okay. Ich fahr dann... Der ist so gepanzert, da kann nichts passieren, Alter. Hm. So, Leute, jetzt habe ich meine Karre wieder und ab dafür. Ja, oh, ich bin ein bisschen falsch gefahren, aber das macht nichts. Ich kann ja auch so. Schreibt mal bitte rein, wer da jetzt ist. Die zweite Person bitte. Das wäre so schön. So, wie gesagt, ich mache Motorrad Club und habe gerade Vorräte geklaut und bringe die jetzt zu der jeweilige, meine Geldfabrik, damit mein Geld hinauf. Und das ist halt nicht einfach, weil ich weiß nicht, was ich immer sagen soll, weil, wie gesagt, es guckt mir ja nie einer zu. Ich finde es sehr schön, dass ich zwei Leute habe, die bei mir zugucken. Und hoffe, die zweite Person bleibt auch noch ein bisschen. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Guten Morgen, dritte Person. Ich freue mich, dass ihr mir zuguckt. Wie gesagt, mein Name ist circa Tony94. Ich habe zwei Kanäle. Der eine Kanal ist hier auf Twitch. Und der zweite Kanal ist auf YouTube. Heißt da natürlich auch Zocker Tony94. Ist ja wohl klar, ne? Wenn ihr wollt, könnt ihr mich natürlich da auch zugucken. Weil, die Videos, die ich jetzt in Twitch mache, die like ich sowieso rüber auf meinen YouTube-Kanal, weil da die Quali einfach besser ist. Und ich würde es auch am liebsten gleich versuchen, ganz auf YouTube zu machen. Das Problem ist aber, mein PC hält das nicht aus. Der schafft das nicht. Der ist zu schwach dafür. Und daher muss ich erst mal von meiner Xbox One aus das machen. Also die Livestreams machen. Und von Twitch aus kopie ich sie mir dann rüber auf meinen YouTube-Kanal. Ja, spielen tue ich gerne GTA. Habe aber auch Battlefield 1 und andere Spiele. Alter, was war das denn für ein Terroranschlag, Mann? Die, du hast gerade gesehen, Leute? Ist doch mal der Hammer. Naja. Der dritte haut wieder ab. Ist auch schade, sag ich ja. Ich... Zwei Personen gucken jetzt hoch. Der eine bin ich selber. Und der andere Person kenne ich jetzt nicht, wie gesagt. Ich finde es auch schade, dass Twitch ein neues Update gemacht hat, weil ich nicht mehr erkennen kann auf mein Handy, wer mir zuguckt. Finde ich auch schade. Und... Machen wir mal ein bisschen Musik an. Die zweite Person, die mir gerade zugeguckt hatte, wollte ich gerade sagen, kann mir auch mal was schreiben. Aber schön, dass ich wieder alleine gucke. Oh, ist das zum Kotzen. Aber jeder fängt mal klein an und fährt nachher später groß auf. Und so schnell, was ichvet Limit. Oh, ist das so schade, Philipp? Junt 5. Boah, boah, boah. Boah, wo player PO Wi-Fi. Boah, woanders Winnt. Sehr gut, Mann. Oh, das istardeşnissen, Pfeil zu gibt. Ja. So, dann werde ich erst, das ist erstmal meine Geldwäsche gewesen. Da werde ich jetzt mal rüberfahren zu meiner anderen Produktion und gucken, was da abläuft. So, dann gehe ich mal zu meiner Hamftplantage. Mach mal ein bisschen Hamft, meine Leute, Hamft mache ich jetzt. Bling, 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 bling. So, dann werde ich mal zu meiner Hamftplantage reingehen. Wird der auch mal ein bisschen füllen mit Vorreden. Wir müssen uns noch einteilen, ich habe keine Hülsen mehr. Weil dann meine ich jetzt noch mal ein paar Hülsen, aber dabei sind das Taschenkirchen. Guck mal, alle sind voll hier heiß und die Leute sitzen hier doof rum und machen nichts. Die sollen nicht doof rumsitzen, die sollen arbeiten. Ich gehe jetzt die Ware verkaufen. Einmal Ware verkaufen und dann versorge ich mich wieder neu. Ich bin alleine. Ich bin alleine. Leute, das wisst ihr. Und muss nach Polensdorf fahren, Alter. Wie soll ich das denn schaffen, Alter? Ach du Scheiß. Das wird ja eine lustige Wunde, Alter. Ich schaffe bestimmt nur eine. Aber ich muss jetzt, jetzt noch vier Kilometer fahren. Es wird nie im Leben was sein. Guck, die erste ist da. Mitten in der Stadt, Alter. Mitten in der Stadt. Das wird nie wie alt was. Vielleicht eine Tour, ja. Aber mehr auch nicht. Guck. Guck. Hätte ich da vorher gewusst, ne? Hätte ich die Ware doch noch nicht verlaufen, ey. Wenn ich alleine bin. Wenn ich alleine bin. Und oh. Scheiße. Das Problem ist, ich habe ja auch noch nicht mal eine Helikopter um zurückzufliegen. Und das ist das auch noch. Das ist alles nur so nett, ne? Ja. 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 Vielen Dank. So, 1km muss ich noch fahren, Leute. So, 1km muss ich noch fahren, Leute. Oh Gott, oh Gott, wieso das denn? Was wäre denn, ey? Das sind 10 Lieferrunden, Leute. 10 Lieferrunden. 10 Lieferrunden alleine schaffe ich niemals. 10 Lieferrunden. 10 Lieferrunden. 10 Lieferrunden. So, Leute, wir haben es jetzt 23 Minuten gebraucht. Alles Gute ist... Ach so. Ach so. Ich muss die abliefern mit einem LKW. Ach so. Gedacht, ich muss jetzt hier tausendmal hin und her fahren, Alter. Naja, das kann ich den schaffen. Wenn mich keiner stört, Alter. Aber so wie ich die Leute hier in GTA kenne, bringen die sowieso wieder alle Rat und bringen mich um. und... Oh. Was ist das? Ich muss ja noch mit Elke wieder hinfahren Schlau sind die denn, ey Okay, und weiter geht's Ja doch, das könnte ich doch schaffen Wenn das alles in der Stadt ist Und mich alle in Ruhe lassen Leute, denn schaffe ich das Was ist das? 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 schon komme ich sterb da fliegt einer mit einem helikopter rum ja was denn nun ja was denn nun scheiß navi alle leute es tut mir leid aber mein name ich will mich verarschen komm ein noch alle lasst mich in ruhe so ist es schön so liebe ich das wenn ich alles schön machen kann mich keine auf den keks so 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 Oh mein Gott! So. Den ersten habe ich abgeliefert. Ha! Schön. Und jetzt muss ich mir eine Auto klauen und mir die zweiten holen. Guck mal hier die Karre. Und das sind wieder 6 Kilometer, der leckt mich im Arsch, ey. Ich glaube, das schaffe ich niemals. Wie sagen wir, eine Auto wäre jetzt machbar vielleicht noch, aber... Abwarten, Leute. Ich warte einfach ab. Die. Die. Tschüss. Vielen Dank. Das waren gerade die Cops, Leute. Und ich raste da voll vorbei. Wird eng werden. Aber ich versuche mein Glück. Ich sage mal so, hinkomme ich zum LKW auf jeden Fall, glaube ich, noch. Aber zurück wird schwer. Vielleicht bin ich Hälfte der Strecke mit einem LKW. Außer die sagen, sie machen jetzt oben irgendwo da. Denn es ist was anderes, ne? Aber ich weiß es nicht. Das ist das Problem. Auf jeden Fall, in Ego-Pistative fährt sie das irgendwie voll lustig. Kann man gucken, wenn man schnell mal fährt. So, schnell, reine. Zack. Reine Mercury. Oh, das wird niemals was. Ich glaube nicht, dass das was wird. Naja, aber ich habe noch zwölf Minuten, also abwarten. Ich fahre ab, Leute. Und das wird nicht vor. Über Pardon. Ja, das wird niemals. Ja, das wird nichts. Ich warte, was ich wiederholfen. Ja, das wird gerne. Warte, was ich wiederholfen. Ja, das ist wirklich tief. Ja, das ist wirklich klar. Und ich habe das cool. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dann habe ich 66.530 Dollar gekriegt Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 10 Minuten habe ich nur noch, jetzt habe ich nur noch 9 Minuten Und die Karre fährt nur 80 Und muss noch 2 Kilometer fahren Das wird auf jeden Fall eng und dann habe ich nur noch 5 Minuten Redenung des ZDF, 2020 Alter, wenn ich das schaffe, ne? Dann bin ich gut, Alter. Dann bin ich richtig gut, alleine. So eine Mission zu machen. 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 Böre! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, Leute, es ist 7 Jetzt muss ich da vorne in der Sackgasse rein Dann fahre ich hier raus Ja, das wird richtig gut, Alter Oh, hallo Ich habe keine Zeit, Leute Ich muss hier Müll aufsammeln Müll aufsammeln auf Zeit habe ich, Mensch Oh, hallo Oh, hallo Oh, hallo Ja, Leute Ich habe noch 4 Minuten Zeit Das schaffe ich, Alter Das ist so geil, Junge Alter, das ist Wahnsinn Alleine 10 Sachen mitzubauen Drei Das ist so geil, Junge Ich habe noch nie Drei Juhu Ich habe noch eine Drei jackpot leute jackpot 71 1512 save Ok meine Leute, ich komme gleich wieder, ich muss nur fixen, ich will nur fixen, warte mal. Ok, ich muss nur fixen, ich versuche euch jetzt zu sein. Ok, ich muss nur fixen, wenn ich... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 So, meine Freunde und Volksmusik. Ich bin jetzt hier, jetzt klaue ich diese Karre und tue so und mache, fahre jetzt damit mal in der Stadt rum. Genau, Alter, ich fahre jetzt in der Stadt rum, guck, ob Polizisten sind irgendwo und dann verfolge ich die. Ich bin jetzt hier, ich bin jetzt hier, ich bin jetzt hier. Hier habe ich den ersten Auftrag. Ich habe den Auftrag gekriegt. Ach du Scheiße, Passivmodus geht schon mal gar nicht. Was ist das? Stop! Das war's für heute. 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 Hier vorne. Da ist der Schuldige. Das war's für heute. 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 Ich hoffe, es klappt jetzt. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich guck, wenn ich hier so guck. Ich guck. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich guck. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich guck. Das war's für heute. Ich guck. Ich guck. Ich guck. Das war's für heute. Ich guck. Ich guck. Ich kann nicht aufhören. es ist nicht lustig es ist überhaupt nicht lustig ich werde jetzt erst mal die autos zurückrufen werde ich noch einen mein gott ich will doch nur mein kuruma haben gibt mir einfach nur mein kuruma da wo ich hingucke so dichter spawnte alles klar so jobs schnelle so müssen spielen nein subspiele von uns darstellt alles müll spiel jetzt auf alles müll mal gucken wer da mitmacht hmm Und gucken, wer mit reinkommt. Schön wäre es, wenn es sechs Leute sind, aber naja, abwarten. Es ist ein kleines Schicht. Es ist ein kleines Schicht. Es gibt noch die Schicht, wenn es die Schicht ist. Wenn es die Schicht ist, dann kommt es das Schicht. ich bin auf dem Teil Nö 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 und nochmal in den Startseiten ja Leute ich werde mit euch Kumpel Kumpel stimmt gleich wieder mit rein ja Ach egal ich starte jetzt einfach mit denen 2 1 1 2 1 2 1 2 ja schön von 1221 nur keine fahr mal vor alle ich nehm meinen Kuruma der zwingend gepanzert ja dann werde ich mal hier lang fahren wenn er meint er muss da so lang fahren dann fahr ich hier lang oh scheuzy ich hoffe bloß der Typ stirbt nicht schönen guten Tag zweite Person herzlich willkommen mein Name ist zockertroni94 und wie gesagt ich spiele jetzt GTA mache hier gerade eine Mission würde mich freuen wenn du ein bisschen länger hier bleibst beziehungsweise wenn du im Chat mal reinschreiben würdest wer du bist und ja würde mich freuen ich spiele auch noch andere Spiele aber das Problem ist gerade ähm ähm wie soll ich das erklären ich habe nur also ich habe zwei andere Spiele auch die ich streame aber zum Beispiel LS17 mag ich sehr gerne auch stream das Problem ist bei denen bloß ähm das Problem bei das ist bloß ähm ja das habe ich gerade ausgeliehen und hoffe ich kriege es bald wieder damit ich auch mal LF17 weiterhin streamen kann weil da gibt es ja auch viele Sachen beziehungsweise Möglichkeiten und ich bin mal gespannt ja komm alte Leute was ist denn los ich schieße ihn im Kopf achso ich soll ihn zerstören gut Nein Nein Nein, 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 nein. So. Alter, was haben die denn heute alle von mir? ich bin mal gespannt ja war ja klar dass wieder keine die zukunft man ist das traurig heute aber naja wie gesagt abwarten sollen ja noch das dauert ja auch seine zeit ich hab ja nicht mir macht das stream auf jeden fall spaß egal ob wer zuguckt oder nicht ich jetzt auf jeden fall weiterhin auch machen und werde auch das weiterhin youtube einstellen und vielleicht habe ich auch glück und kann bald nur noch auf youtube stream aber so lange wie das erstmal noch nicht funktioniert muss ich erst mal leider über twitch machen weil ich glaube nicht auf youtube gleich mache bin ich schnell also er schießt hier alt da geht dann ab hier ja was soll denn der ps alte er ist so ein bestanden der herzigen wird herzigen glückwunsch kollege der mir geholfen hat natürlich hast du gut gemacht schönen guten tag die zweite person die mir auch zuguckt ich wie gesagt ich fände es schade dass mich dass keiner hier rein schreibt wie gesagt ich ich kriege es nicht mit wer mir hier im shit verlauf schreibt ich weiß nur jetzt gucken mir zwei leute zu zwei leute gucken mir zu und ich weiß aber nicht wer so kollege weil es so schön war noch mal das schöne spielen ist mir klappt es ist es ist es ist mir ist es ist es ist es ist es ist es Ich bin mal gespannt, was das jetzt für eine schöne Mission sein soll. Take that shithead down! I'm looking out! Let's reload it! Oh no! You are mine! Holy shit! Reloading! Oh Christ! Drop it, get covered! Grab that guy! Man, ey! Warum macht der denn nix? Kleine Wichse. Will der mich eigentlich verarschen? Ja, war ja klar, dass er wieder den Piss hat gewinnt. Ja, hau rein, Digge. Hau rein, oh Wichse. Ich bin sowieso schneller wie du da. Ja. J'se letsch. Ich bin sowieso. Ich bin sowieso. Wichse. Wichse. Ich bin sowieso! ja kollege auch mal warten vielleicht ist das ein homo alter der kann auch nicht warten ja ja leute wenn wir mal abhauen hier ja 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 bitte und dann kannst du auch steigen so aussteigen los und dann kannst du auch steigen der punkt auf ich verstehe den sinn nicht mehr Leute ich verstehe den sinn nicht mehr der punkt zeigt mir oben drauf an und doch ist es unten äh ok muss ich nicht verstehen dass du auch weinigust dass du einen Und gucken, ob noch einer mit reinkommt. Sehr schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich glaube, bei mir im Auto ist doch Platz. Markier mal bitte. Okay. Das war's für heute. 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 Meine Jute, was ist der Lossi? Das war's für heute. 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 Und... 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 Ich find's ja schön, dass wir mal ein Hellling mit dabei sind, ne? Aber dass die dann uns immer die Arbeit auch mal wegnehmen, ne? Das find ich nicht schön. Meine Güte, kann er doch mal aufhören hier zu regnen oder was ist das hier? Okay... Soll ich mir aushalten? So, jetzt kommt der wieder. Haley macht wieder Bogen. Nenn es relativ wieder weg. Und... Wir haben wieder nichts. Geno! Mein Heli macht Bogen. Was ist der los mit dir? Du bist der sonst wieder der Oberbeste forever, Aldi. Ach, jetzt brauchst du auf einmal Hilfe, oder was? Ja, jetzt geht's. Ja, 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 ja! Boah, du... Jo... Schön, dass ich die bestanden habe, finde ich ja alles so toll, ne? Aber ein bisschen so mit den Leuten zusammenarbeiten, das wäre ja auch mal genial. Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Und dann spielen wir zu dritt, Leute. Ja, ja, ja! 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 Shit! Shit! Ja, ja! 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 Wow! Ja! Ja! Scheiße! Ja! 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 Achtung! Was war da dran jetzt so schwer, Leute? Ich versteh jetzt nicht. So. Naja. Nicht viel, aber besser als gar nichts. So Leute, das soll es auch erstmal gewesen sein. Heute mit den GTA Online. Hoffe euch hat es gefallen. Wie gesagt, folgt mir auf Instagram. Blauer Himmel oder Trixi VFVS Tony. Facebook Tony Tommi Buske heiße ich da. Also bei, nochmal, zum Mitschreiben für euch. Also folgt mir auf Facebook. Da heiße ich Tony Tommi Buske. Folgt mir auf Instagram. Trixi VF Tony. Folgt mir auf YouTube. Zocker Tony 94. Und folgt mir auf Twitch genauso. Zocker Tony 94. Ich freue mich auf, dass ihr auf jeden Fall da wart. Und hoffe, wir sehen uns heute Nachmittag, beziehungsweise heute Abend bestimmt nochmal wieder. Und sage, bis dahin. Jo. Tschüss. Und jetzt werde ich nochmal fix mein Geld einsacken. Und dann verabschiede ich mich von euch. Alles klar. So Leute. Das soll es heute. Das soll es heute auf jeden Fall gewesen sein von mir. Für den heutigen Vormittag. Und sage Tschüss bis später.